Bei den Flugzeugtypen haben wir auf der Boeing-Seite noch ein bisschen was aufzuholen und deswegen geht es heute weiter mit der Boeing 777. Sicherlich eines der spannendsten Flugzeuge im Portfolio des amerikanischen Flugzeugherstellers und auch eines der erfolgreichsten. Und so viel können wir schon mal vorweg nehmen. Es ist das größte zweistrahlige Verkehrsflugzeug der Welt und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Also die Boeing 777, die kennt ihr sicherlich alle. Eines der beeindruckendsten Flugzeuge, die zurzeit so am Himmel unterwegs sind. Und ich habe es eben schon vor dem Intro einmal gesagt, es ist das größte zweistrahlige Verkehrsflugzeug der Welt. Und diese Kombination an Tatsachen, das reicht eigentlich schon und damit auch eines der erfolgreichsten Flugzeuge der letzten Jahre zu sein. Zwei Triebwerke sind ganz einfach nicht so wartungsintensiv wie vier Triebwerke. Und zwei starke Triebwerke verbrauchen im Normalfall auch tatsächlich ganz einfach nicht so viel Treibstoff wie vier halb so starke Triebwerke. Und das ist jetzt so ganz grob eigentlich schon mal die Erklärung für den Erfolg der Boeing 777 auf der einen Seite und daneben betrachtet den Misserfolg des Airbus A340 auf der anderen Seite. Jetzt gehen wir aber natürlich noch ein ganzes Stück weiter ins Detail und dafür auch direkt nochmal ein paar Jährchen zurück. Und zwar an den Anfang der 1990er Jahre. Eventuell erinnert ihr euch noch an das letzte Video aus der Flugzeugtypenreihe. Da haben wir über die Boeing 767 gesprochen. Und da haben wir ganz einfach etwa zehn Jahre früher angefangen, Anfang der 1980er Jahre. Und geändert hat sich gar nicht mal so viel. Denn die wirklich großen Langstreckenmaschinen sind auch hier immer noch die Boeing 747. Jetzt endlich in ihrer vierten Generation als Boeing 747-400. Das ist die mit Abstand erfolgreichste Variante, die erfolgreichste Version der Boeing 747. Die war ab 1989 bei den ersten Kunden verfügbar. Und mit zahlreichen Verbesserungen wurde somit mit der 747-400 der Jumbo, der ab 1969 produzierte Jumbo, in die aktuelle Zeit geholt. Langstreckentechnisch ging es da noch weiter, wie eben Anfang der 1980er Jahre auch, mit der McDonnell Douglas DC-10 bzw. mit der Lockheed TriStar. Diese drei Flugzeugtypen von drei unterschiedlichen amerikanischen Flugzeugherstellern beherrschten jetzt also genauso wie auch schon zehn Jahre zuvor den Langstreckenmarkt. Mit einem ganz, ganz großen Unterschied. Und das war die Boeing 767 bzw. in etwas geringerem Maße auch der Airbus A310. Der war zu dieser Zeit ja auch noch relativ neu. Diese beiden Flugzeuge zeigten jetzt sehr eindrucksvoll, dass ein Widebody durchaus sehr zuverlässig und vor allem kostengünstig auch mit zwei Triebwerken unterwegs sein kann. Und spätestens seit des ETOPS Erstfluges im Jahr 1985, der ja mit einer Boeing 767-200 der TWA durchgeführt wurde, spätestens mit diesem Erstflug war dann klar, dass die Maschinen auf jeden Fall mit zwei Triebwerken über den Atlantik fliegen können und dass diese Flugzeuge wirklich langstreckentauglich sind. Diese Tatsache in Kombination mit den immer stärker werdenden Triebwerken, mit der sich immer weiter entwickelnden Triebwerkstechnologie. Das ermöglichte dem amerikanischen Flugzeugbauer jetzt, diese Strategie nochmal auf ein größeres Flugzeug zu übertragen. Was wiederum dafür gesorgt hat, dass ein dreistrahliger Entwurf der 777 sofort mal wieder beiseite gelegt wurde. Aber man wollte jetzt also ein neues, größeres zweistrahliges Langstreckenflugzeug bauen, um die Lücke zwischen der Boeing 767 und der Boeing 747 zu schließen. Typischerweise waren diese beiden Flugzeugtypen bei den verschiedenen großen Fluggesellschaften nämlich ausgestattet mit etwa 260 Sitzplätzen in einer 767-300 und dann etwa 420 Sitzplätzen in einer Boeing 747-400. Und das ist natürlich eine riesengroße Lücke, die dazwischen entstanden ist und diese Lücke wird nur geschlossen von der DC-10 bzw. der Lockheed TriStar. Also zwei Flugzeugen, die tatsächlich schon sehr, sehr alt sind zu diesem Zeitpunkt und zwei Flugzeugen, die mit jeweils einem Triebwerk zu viel unterwegs sind. Das haben wir eben gerade erklärt. Also braucht man da jetzt ein neues Flugzeug. In dieser Lücke ist eine ganze Menge Potenzial zu finden. So viel also erst einmal zur Grundlage, um dann nachvollziehen zu können, warum dieses neue Flugzeug, warum die Boeing 777 in dieser Zeit so wahnsinnig gut angebracht war. Man hatte es hier beim amerikanischen Flugzeugbauer ganz einfach richtig gut hinbekommen, die aktuelle Situation am Markt zu interpretieren, wo das Ganze sich hin entwickelt und das dann zu kombinieren mit der fortschreitenden technischen Entwicklung. Und das dann in einem ordentlichen Flugzeug zu verpacken. Das war also die Aufgabe und das hat ja nicht nur Boeing erkannt, das haben auch andere Hersteller erkannt und versucht. Zum Beispiel McDonnell Douglas, die jetzt mit der Entwicklung ihrer verbesserten MD-11 begonnen hatten oder auch Airbus, die das A330 bzw. A340 Projekt starteten. Bei Boeing stand man jetzt vor der Frage, ob man diese Problematik, die wir eben analysiert haben, ob man die jetzt eventuell sogar als erster dann natürlich mit einer verlängerten Boeing 767 schnell mal eben so lösen kann. Oder ob man es etwas weniger schnell mit einer Neuentwicklung lösen muss. Die Antwort darauf gaben dieses Mal die Fluggesellschaften. Boeing entwickelte jetzt von Grund auf neu und ließ sich dabei erstmals von einem Computer entsprechenden Berechnungen und Simulationen im großen Stile unter die Arme greifen. Die Boeing 777 war tatsächlich das erste Flugzeug weltweit in der zivilen Verkehrsfliegerei, das komplett am Computer designt wurde. Ebenfalls neu war die Art und Weise, wie Boeing jetzt das neue Flugzeug entwickelte. Denn erstmals gab es hier eine enge Zusammenarbeit mit einer großen Anzahl an verschiedensten großen internationalen Fluggesellschaften. Also eine enge Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen potenziellen Kunden für das neue Flugzeug. Das gab es so tatsächlich vorher noch nicht. Boeing hat selbstverständlich auch schon vorher auf Fluggesellschaften gehört, auf Wünsche von Fluggesellschaften gehört. hat sich dabei aber meist auf den eigenen Markt konzentriert oder auch mal auf Asien konzentriert, aber nie auf alle zusammen. Hier hat man jetzt viele verschiedene Fluggesellschaften von überall auf der Welt zusammengebracht, an einen Tisch gesetzt und jede Fluggesellschaft konnte ihre entsprechenden Wünsche für das neue Flugzeug mit einbringen. Und so war Boeing zur Innovation und zu großen Schritten in der Evolution ihrer Flugzeuge quasi gezwungen. Das Flugzeug musste einfach besser werden als die Flieger der Konkurrenz. Die unterschiedlichen Fluggesellschaften verlangten jetzt also an vielen verschiedenen Stellen eine unterschiedliche Herangehensweise, eine neue Herangehensweise, die Boeing so eventuell noch gar nicht bei anderen Flugzeugen genutzt oder praktiziert hatte. Zum Beispiel erstmals in einer zivilen Boeing gab es ein Fly-by-Wire-System, eine Fly-by-Wire-Steuerung, also keine mechanische Verknüpfung mehr zwischen dem Steuerhorn vorne im Cockpit und den Steuerflächen des Flugzeuges. Das wurde auf gar keinen Fall nur bei Airbus benutzt, sondern das gab es ab der 777, auch beim amerikanischen Flugzeugbauer Boeing. United Airlines wurde 1990 Erstkunde der vielversprechenden Maschine, für die man sich da wie gesagt an einen Tisch gesetzt hat und alles mal an Wünschen zusammengeschmissen hatte. 34 Flugzeuge kauften die, um damit dann ihre DC-10 zu ersetzen. Das alles aber unter einer bestimmten Bedingung. Und zwar musste das neue zweistrahlige Flugzeug bei United Airlines mindestens genauso leistungsfähig und performant sein, wie der dreistrahlige Vorgänger bei der Fluggesellschaft. Ja, okay. Und dann kam Old Nippen Airways aus Japan auch noch um die Ecke und wollte das Flugzeug doch noch mal etwas länger haben, damit man Platz hat für ein paar zusätzliche Sitzreihen. Dann kam aber auch noch Kassai Pacific aus Hongkong und die verlangten eine Vergrößerung des Rumpfquerschnitts auf 747 Größe, damit in die neue 777 nebeneinander genauso viele Sitzplätze reinpassen, wie auch schon in der Boeing 747, nämlich 10 Stück. Eine 343 Bestuhlung wollte man haben. Und ihr versteht schon, wo die Reise hingeht. Man schmeißt ja alle Wünsche auf einen Haufen und in dem Moment, wo die Wünsche miteinander vereinbar sind von den verschiedenen Fluggesellschaften, in dem Moment wird das Ganze von Boeing im neuen Flugzeug umgesetzt. Die Tatsache, dass die neue 777 zu 100% am Computer designt wurde, die hilft da natürlich. Denn Wünsche lassen sich hier schneller umsetzen und es gibt ein Ausprobieren oder es wird ein Ausprobieren ermöglicht, das es so im zivilen Flugzeugbau vorher sicherlich noch nicht gab. Und das ist ziemlich sicher auch mit eines der Erfolgsgeheimnisse der Boeing 777. Der Flugzeughersteller investierte in der Zeit noch mal 1,5 Milliarden Dollar in die Erweiterung des Boeing-Werkes in Everett nahe Seattle. Dort erschuf man zwei neue Fertigungslinien, wo von nun an das neue finale Design umgesetzt und damit auch das größte zweistrahlige Verkehrsflugzeug der Welt gebaut werden sollte. Währenddessen arbeiteten schon mal direkt drei unterschiedliche Triebwerkshersteller an brandneuen Motoren für das neue Boeing-Flugzeug. Und die mussten natürlich einiges können, es durften keine kleinen Triebwerke werden. Die von Boeing gegebene Vorgabe waren hier mindestens 340 Kilo Newton Schub. Das ist eine ganze Menge. Nur mal so zum Vergleich, die damals ja sehr aktuellen Triebwerke der aktuellen 747-400, die schafften je maximal 280 Kilo Newton Schub. Alle drei Hersteller schafften es aber, diese Vorgabe zu erfüllen und brachten dann pünktlich zum Start des 777-Projektes ihre jeweiligen Optionen mit. Die erste Maschine, die erste 777-200, verließ dann im April 1994 die Hallen nahe Seattle. Mit insgesamt neun Flugzeugen startete dann eine fast zwölf Monate andauernde Testphase der neuen 777, an deren Ende die Maschine dann von der FAA bzw. auch den europäischen Luftfahrtbehörden im April 1995 zugelassen wurde. Die erste Maschine, die erste 777-200 mit ETOPS 180-Zulassung, wie es für United Airlines vorher Bedingungen war. Die erste Maschine wurde dann direkt im Mai 1995 an den Erstkunden übergeben, ausgestattet mit Pratt & Whitney Triebwerken. Und das war ziemlich genau ein Jahr, nachdem Airbus den ersten A330 an einen Kunden übergeben konnte. Und mittlerweile konnte man auch schon fast zwei Jahre den A340 am Himmel sehen. Die neue 777 konnte aber vor allem den Airbus A340 sehr, sehr schnell am Markt überrennen. Bis auf ein paar vereinzelte Probleme bei den GE90-Triebwerken, der ersten für British Airways bestimmten 777, konnte das neue Flugzeug alle Erwartungen der Erstkunden mit vollster Zufriedenheit übertreffen. Ein absoluter Volltreffer für den amerikanischen Flugzeugbauer und diesen Volltreffer, den wollte man jetzt natürlich so schnell wie möglich optimieren. So dauerte es dann keine zwei Jahre, bis man mit Hilfe eines erhöhten Abfluggewichtes der Maschine um ganze 50 Tonnen, was wirklich nicht wenig ist. Die 777 konnte jetzt beim Start fast 300 Tonnen schwer sein. Damit schaffte man es, die Maschine oder die Fähigkeiten der Maschine nochmal wirklich ein ganzes Stück weiter auszureizen. Denn dieses Zusatzgewicht kam vor allem in Form zusätzlichen Treibstoffes an Bord der Maschine. Und das ermöglichte der ab 1997 verfügbaren 777-200ER, das ER steht auch hier für Extended Range, eine Reichweite von etwas mehr als 13.000 Kilometern. Und das ist mittlerweile 747-Niveau. Fast zumindest. Die Leistungsreserven der 777 konnte man jetzt aber auch in Form eines verlängerten Rumpfes ein kleines Stück weiter aufbrauchen. Und somit brachte man, ebenfalls im Jahr 1997 neben der 200ER, auch die 777-300. Bei der man den Rumpf der Maschine direkt mal von 63 Meter um 10 Meter auf 73 Meter und 80 Zentimeter verlängerte. Was eine ganze Menge ist, denn damit war die 777-300 jetzt kurzzeitig das längste Passagierflugzeug der Welt. Mit Hilfe der vergleichbar breiten Kabine der 777 und einer großen Menge an Türen schaffte man es dann, ein Einklassen-Limit von 550 Passagieren zu erreichen. Und damit hatte man jetzt mit der 777-300 die Lücke zur 747 tatsächlich geschlossen. Brauchte man jetzt als Fluggesellschaft den zusätzlichen Platz einer Boeing 747 für beispielsweise eine opulente First Class, brauchte man den jetzt nicht mehr. Und der Trend ging auch schon zu dieser Zeit langsam aber sicher in genau diese Richtung. Und braucht man auch eventuell die letzten 2500 Kilometer der 747-Reichweite nicht mehr, dann konnte die 777-300 tatsächlich eine ernstzunehmende Alternative für die Boeing 747 sein. Für das damals größte Passagierflugzeug der Welt. Vor der Jahrtausendwende mit der 777-300, da kann man sich vielleicht noch so ein bisschen drüber streiten. Ihr merkt, da gibt es doch durchaus einige Einschränkungen, wenn man hier eine 747-400, eine damals ja noch neue 747-400 mit einer 777-300, wenn man die dann wirklich ersetzen oder austauschen möchte. Aber wir wissen ja auch, wo das heute mittlerweile alles hingeführt hat. Lufthansa beispielsweise bestellt als Ersatz für ihre 747 die Boeing 777-X. Und dafür wurde damals mit der 777-300 schon die Basis geschaffen. Dazu kommt, dass vor der Jahrtausendwende noch eine ganze Menge klassische 747 durch die Gegend geflogen sind. 1993 hat es der amerikanische Flugzeughersteller bereits geschafft, die 1.000. Boeing 747 auszuliefern. Man hatte zu dieser Zeit über 200 747-100 produziert und über 300 747-200. Und die galt es jetzt Stück für Stück alle zu ersetzen. Und das konnte man mit der 777-300 zu dieser Zeit zu 100% machen. Und dabei verbrauchte das neue Flugzeug, die 777-300, gerne mal etwas mehr als 30% weniger Sprit als eine klassische 747 und kostete in Erwartung fast nur noch die Hälfte. Das ist also ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Und das sind damit die ersten drei Versionen der 777, die man heute auch noch als die klassischen 777-Versionen bezeichnet. Ja, Boeing hat noch eine ganze Menge draus gemacht, das wissen wir alle. Das schauen wir uns dann aber ganz genau nochmal im nächsten Video an. Diese Videos hier zu den verschiedenen Flugzeugtypen von Airbus und Boeing und da kommen auch noch ein paar andere Flugzeughersteller, das ist auf jeden Fall versprochen. Die findet ihr jetzt übrigens alle in einer Playlist auf meinem Kanal, damit ihr da einen guten und gut sortierten Überblick vor allem hier jetzt erstmal nach Airbus und Boeing habt über die jeweiligen Flugzeugtypen. Da schaut gerne mal vorbei und dann soll es das für heute damit auch gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das also erst einmal zu den Grundlagen und den ersten Boeing 777. Und dann hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an Klaus und an Hibber. Vielen lieben Dank an euch beide für eine große und tatkräftige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Euch allen noch einen entspannten Sonntag. Bis morgen und tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.